Hallo, herzlich willkommen zu LTE Messwagen.de Ein weiterer Test in Griesingen Ich bin jetzt momentan vor der Mehrzweckhalle Griesingen ist ein kleineres Dorf kurz vor Ehingen Mehrzweckhalle kann ich euch schnell auch zeigen Jetzt eine Außenkamera, hier ist die Mehrzweckhalle Und hier ist dann die Die Metzgesein Mein Buch Ich denke mal, dass die, wo die hier wohnen Dass die jetzt wissen wollen, wie ich gerade momentan aufheil LTE Signalstärke ist richtig gut sogar Auf drei Striche Empfang So, dann machen wir jetzt einfach mal eine Speedmessung Das ist jetzt mal ein richtig gutes Ergebnis 30.000 Leitungen hier bei uns im Griesingen Und so hat man schon wieder So, dann machen wir jetzt erst mal ein bisschen Einmal ein paar Militungen hier Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert am besten meinen Channel und wiedersehen.